Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir InsideTimer vorstellen, eine Meditations-App mit vielfältigen Möglichkeiten. Zunächst einmal ist es eine App, die dir Angebote in kostenlose Art und Weise verfügbar macht. In Sachen Schlaf, in Sachen Entspannung, aber eben auch geführte Meditationen und das in vielen Sprachen, eben auch auf Deutsch. Ich bin der Überzeugung, dass diese App sehr, sehr hilfreich ist, sehr, sehr tolle Angebote verfügbar macht, kostenlos und dir eine Möglichkeit bietet, einfach zu entspannen und insgesamt einen Beitrag für längerfristige Gesundheit leistet. Und wie du hier sehen kannst, im Google Play Store ist diese App hier verfügbar. Und ja, ist eben die Nummer eins der kostenlosen Meditations-Apps. Ja, über 20.000 Aufnahmen. Ich glaube auch, das ist eine alte Zahl. Mittlerweile sind es viel, viel mehr kostenlose Aufnahmen, die auf dieser Plattform verfügbar sind. Und ja, du kannst dir das Ganze vorstellen wie einen Marktplatz für Meditationsangebote eben von verschiedenen Experten, das heißt Neurowissenschaftlern, Psychologen, aber eben auch, ja, ganz praktisch Künstlern wie Mobi und anderen. Trotzdem ist es eben auch sehr, sehr vielfältig, was auf dieser App angeboten wird. Das heißt, diese kostenlosen Meditationsanleitungen sind eben in vielfältiger Art und Weise aufrufbar. Als Musik, aber eben auch als Achtsamkeitsmeditation. Buddhistische Lehren werden angeboten. Du kannst, ja, Vipassana lernen. Mindfulness Based Stress Reduction. Ja, und verschiedene Traditionen mehr. Das heißt, das ist wirklich, wirklich vielfältig, was diese App bietet. Und das ist eben nicht nur eine Sache der Anleitungen, sondern eben auch bis hin zu Musik und verschiedenen anderen Angeboten. Der App ist wirklich, wirklich viel möglich. So und ja, beispielsweise kannst du hier eben in Sachen Schlaf einiges finden und viel, viel mehr. Ja, du siehst, das Angebot ist vielfältig. Ich habe auch das Ganze bewertet schon 2018 und bin wirklich, wirklich zufrieden mit der App. Und wie du hier sehen kannst, aus meiner Sicht ist das eine der am besten bewertetsten Apps überhaupt auf dem Play Store. Und das ist wirklich enorm und bemerkenswert. 4,9 von fünf möglichen Sternen über alle Rezensionen. Es ist wirklich, wirklich beachtlich. Ja, und wie sieht das Ganze aus auf der Website? Das ist Inside Timer, About Us, das heißt über die Website. Und wie du sehen kannst, ja, hat Inside Timer innerhalb der Meditations-App in den USA wohlgemerkt den größten Anteil mit 63 Prozent. Insgesamt weltweit sind es mittlerweile über 15 Millionen Nutzer, die diese App hier nutzen. Und das ist aus meiner Sicht das Tolle, dass du eben auf Deutsch, auf Italienisch, auf Englisch und vielen, vielen weiteren Sprachen hier Angebote finden kannst. Die App ist so aufgebaut, dass sie eben weltweit Leute erreichen möchte mit tollen, kostenlosen Angeboten und einer großen Vielzahl von Lehrern, die das Ganze beleben. Ja, und da ist eben auch spannend zu sehen, wie weit gestreut auch das Angebot ist und was eben auch möglich ist mit der App. Das ist eben der Timer, das heißt eine Möglichkeit für dich festzulegen, wie lange du meditieren möchtest und eine Art Wecker vorzubereiten, der dich sanft aus der Meditation holt und dir einen gewissen Rahmen bietet. Auch eine Möglichkeit, dass du ja deine Gewohnheit, deine Meditationsgewohnheit ausbauen kannst. Ja, da hast du verschiedenste Möglichkeiten, verschiedene Glocken einzustellen, die dich dann entsprechend daran erinnern, aus der Meditation auszutreten. Ja, beziehungsweise die Dauer und ja, verschiedene Zyklen kannst du hier wunderbar einrichten und aber auch die Statistik am Monatsende oder wann immer du möchtest aufrufen, um zu schauen, wie gut du in deiner Routine bleiben konntest. Ja, und gleichzeitig gibt es eben eine große Vielzahl von Angeboten zum Thema Schlaf, Angst, Störungen und auch Stress hier auf Englisch. Und da sind auch einige namhafte Angebote mit dabei. Russell Brand, Giselle Bündchen bis hin zu Wim Hof und ja, verschiedenen anderen Leuten, die auf der Plattform aktiv sind. Aber das ist eben auch das Tolle, dass es nicht nur die großen bekannten Leute sind, die diese Plattform hier mit Leben füllen, sondern eben auch viele, viele Anbieter mit speziellen Themen, beispielsweise ein Thema Schlaf oder anderen Traditionen, die sehr, sehr spannend sind. Und ja, du siehst hier beispielsweise auch Angebote in Sachen Musik, die immer bewertet sind. Je nachdem, was dich momentan interessiert, kannst du natürlich hier einfach auch aus Neugier in einige Sachen reinschauen und reinhören insbesondere. Wichtig ist auch, dass du siehst, dass es eben auch ein deutsches Angebot gibt. Und da zeigt sich momentan, dass es über 4000 kostenlose geführte Meditationen auf Deutsch gibt. Und ja, auch da eben eine Vielzahl von Lehren, die das Ganze hier anbieten und mit Leben füllen. Insofern ja, tolle Möglichkeiten auch für dich, hier eine kurze Anleitung auf der Plattform wahrzunehmen und beispielsweise meditieren zu lernen. Und du siehst auch hier die verschiedenen Schwerpunkte, zum Beispiel zum Thema Stress. Hier ist beschrieben, als Folge unseres modernen Lebenswandels ist Stress in unserem Leben ein allgegenwärtiges Problem. Die langfristigen Auswirkungen können schädlich für unsere Gesundheit sein und zu Angstzuständen und Depressionen führen. Meditation und Achtsamkeit können helfen, diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, indem die Ausschüttung von Stresshormon gesenkt wird und der Körper zur Ruhe kommt. Dies kann durch so einfache Mittelgeschehen wie täglich einige Augenblicke ganz bewusst zu atmen und den Fokus auf den gegenwärtigen Augenblick zu richten. Das ist auch meine Überzeugung. Deswegen bin ich auch sehr, sehr positiv gestimmt, wenn es um die Möglichkeiten und auch die tolle Form von Inside Timer geht. Und das ist eben auch noch ein weiteres Angebot zum Thema Schlaf. Etwa jeder Dritte leidet an leichter Schlaflosigkeit. Wenn du nachts regelmäßig aufwachst oder unruhig schläfst, helfen dir diese geführten Meditationen, Vorträge und Musikstücke dabei, den Geist zu beruhigen und den Körper zu entspannen und auf den Schlaf vorzubereiten. Ja, tolle Angebote. Wie gesagt, vieles, vieles kostenlos, das meiste kostenlos und insofern ja sehr, sehr schön. Aber eben kannst du auch hier die Meditation lernen. Das heißt eben Stück für Stück die Anleitungen wiederfinden, wie du beispielsweise deinen Geist fokussieren kannst, gelassener wirst. Ja, und beispielsweise eben aber auch emotionale Stabilität erhältst, beziehungsweise dein Selbstbewusstsein, deine Motivation stärkst. Das heißt, ja, alles tolle Möglichkeiten, mit Hilfe der Meditationsroutine in verschiedenen Facetten dahin zu kommen. Ja, und wenn du das interessant finden solltest, dann schau gerne mal vorbei. Ich habe auch ein Angebot hier auf Inside Timer mit vielen, vielen kostenlosen Aufnahmen, Musikstücken, ja, bis hin zu verschiedenen Frequenztönen, die, ja, entsprechende Wirkungen erzielen. Das heißt insbesondere Entspannung, aber auch zum Beispiel sowas wie autogenes Training als kostenloses Angebot, Fantasiereisen und so weiter und so fort. Schau gerne mal rein. Ich habe dort einiges verfügbar. Ich würde mich freuen, wenn du mal vorbeischauen kannst. Und ja, lass mich gerne wissen, ob das für dich interessant war, ob du die App bereits kennst und wie deine Erfahrungen mit der App sind. Ob du denkst, dass es wirklich hilfreich ist, ob du vielleicht auch schon positive Erfahrungen mit der App sammeln konntest. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich über deine Nachricht und ansonsten allerbesten Dank fürs Zusehen und bis bald. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir noch gerne einen Daumen nach oben und abonnier den Kanal, damit du auch in Zukunft keine Videos mehr verpasst. Ganz wichtig, die kleine Glocke aktivieren, damit du benachrichtigt wirst. Du möchtest dein Wissen rund um das Thema Gesundheit vertiefen? Dann schau doch gerne in die Infobox. Dort findest du Onlinekurse, Audios und E-Books rund um das Thema Gesundheit.